Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht? Das ist eine Debatte, die gerade wieder an Leben gewinnt. Und natürlich ist der Grund dafür das, was wir in der Ukraine erleben, Russlands Angriffskrieg, die zunehmend unsichere Lage auf dem europäischen Kontinent und weltweit. Und um dieser Frage ein bisschen nachzugehen, möchte ich ein zweigeteiltes Video machen. Im heutigen Teil möchte ich auf die Argumente eingehen, warum wir wieder eine Bundeswehr-Wehrpflicht bräuchten. Und im nächsten Video möchte ich auf die Argumente dagegen eingehen. Und ich habe jetzt fünf Argumente für die Wehrpflicht herausgesucht. Und dazu möchte ich sagen, das ist natürlich nur eine Auswahl. Es gibt sehr viel mehr Argumente dafür und es gibt auch sehr viel mehr Argumente dagegen. Manche davon sind sehr speziell und gehen wirklich so in eine spezifische Richtung. Und manchmal ist eben auch der Fall oder oft ist auch der Fall, dass es gegen einzelne Argumente wieder Gegenargumente gibt und so weiter. Deswegen, ich möchte das simpel halten und habe hier die fünf meiner Meinung nach wichtigsten Argumente herausgesucht, warum Deutschland wieder eine Wehrpflicht braucht. Und das erste Argument ist wahrscheinlich auch das stärkste und offensichtlichste, die Bedrohungslage, in der wir uns jetzt leider wieder befinden. Als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, da passierte das meiner Meinung nach aus gutem Grund. Und die Situation, die geopolitische Lage in Deutschland, in der Welt, in Europa, die war einfach so, dass man sagen konnte, okay, es ist nicht so, als ob wir eine Wehrpflicht noch benötigen würden. Zumindest sah es damals so aus. Die Wehrpflicht ist in erster Linie dazu da, damit Deutschland verteidigt werden kann. Damit die Bundeswehr die Fähigkeit hat, im Notfall Deutschland und seine Verbündeten zu verteidigen. Also Territorialverteidigung, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung. Die Situation um das Jahr 2010, 2011 war da nicht so, als ob man sagen würde, okay, Deutschland hat ein großes Risiko, dass es jetzt von irgendjemandem angegriffen werden würde. Die Beziehungen zu Russland waren sehr viel besser, als sie das heute waren. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das eine gute Idee war oder nicht, aber es ist eine historische Tatsache. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Russland führt Krieg in der Ukraine seit nun mehr als zwei Jahren. Das ist nicht das einzige Beispiel für die zunehmend aggressive Außenpolitik Russlands und für die imperialen Gelüste von Wladimir Putin. Da kann man noch weiter in die Vergangenheit schauen. Die Ukraine ist nicht das einzige Land, das sich damit rumschlagen musste. Georgien kann ein Lied davon singen. Moldau kann ein Lied davon singen. Stichwort Transnistrien. Und natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner Tschetscheniens innerhalb der Russischen Föderation auch. Und das stellt diese ganze Ordnung, die ganze Sicherheitsarchitektur, die wir in Europa nach 1990 hatten und vielleicht sogar nach 1945 in Frage. Denn, und das ist ein großer Unterschied auch zum Kalten Krieg, Russland ist heute etwas, was man eine revisionistische Macht nennt. Revisionistisch bedeutet, sie möchte die bestehenden Verhältnisse und in diesem Fall eben auch die Grenzen wieder ändern. Mit Gewalt, wie wir gerade sehen. Die Sowjetunion war keine revisionistische Macht. Die Sowjetunion hatte nach Ende des Zweiten Weltkrieges große Gebiete Osteuropas unter ihre Kontrolle gebracht und ihr oberstes Ziel war es, mehr oder weniger, diese Gebiete zu halten. Die Sowjetunion war also am Status Quo interessiert, während Russland versucht, den Status Quo zu verändern. Und das stürzt natürlich die ganzen europäischen Staaten in ein Dilemma. Weil man sich eben darauf eingestellt hat, dass man keine Wehrpflicht mehr braucht, dass man massiv abrüsten kann, weil warum sollte man noch so viele Milliarden in Militär stecken, wenn es denn keine Bedrohungslage mehr gibt. Und jetzt ist die Situation einfach, dass ein Land gemerkt hat, wenn es als einziges bereit ist, Waffengewalt einzusetzen, dann gibt es nicht sehr viel, was die anderen dagegen tun können. Zumindest war wahrscheinlich so das Kalkül von Seiten Wladimir Putins. Und deswegen haben wir jetzt eine grundsätzlich andere Welt und eine andere Bedrohungslage, als wir es hatten, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Und deswegen brauchen wir wieder eine Wehrpflicht, um dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr im Zweifelsfall Deutschland und die Verbündeten Deutschlands verteidigen kann. Denn gerade haben wir diese Situation nicht. Die Bundeswehr ist klein, sehr, sehr klein. 180.000, 182.000 Soldaten. Das ist nach Ansicht von vielen Experten nicht genug, um wirklich wirksam Deutschland zu verteidigen. Und darum wäre es wichtig, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen. Denn für Landesverteidigung ist eine Wehrpflicht ein sehr pragmatisches und auch ein sehr effizientes Modell, um eben im Notfall, also im Falle eines Angriffs, schnell viele Soldaten, viele Männer und Frauen, dazu komme ich noch, zu mobilisieren, um wirksam eine Landesverteidigung aufzubauen. Das bedeutet, man braucht nicht rund um die Uhr professionelle Soldaten, also die braucht man auch, aber nicht in diesem Ausmaß. Denn durch eine Wehrpflicht hätte man im Kriegsfall eine große Reserve von Männern und Frauen, die schon mal Erfahrung in der Armee hatten oder in der Marine oder in der Luftwaffe und die wieder eingezogen werden könnten. Man hat also eine Situation, dass man, wenn man die skandinavischen Länder anschauen möchte, eine relativ kleine Armee in Friedenszeiten haben kann, die aber in kurzer Zeit durch Einberufung der Reserve, also der Männer und Frauen, die gedient haben, die militärische Erfahrung haben und die für die Landesverteidigung eingezogen werden können. In diesem Fall kann die Armee wieder groß gemacht werden, und zwar wirklich groß. Die Finnen können innerhalb von kurzer Zeit ihre Armee, die wirklich klein ist, Finnland ist kein großes Land, aber im Kriegsfall könnten die Finnen sehr schnell über 200.000 Männer und Frauen mobilisieren und wären damit wirklich, wirklich verteidigungsfähig. Und das wäre dasselbe Prinzip, das wir auch in Deutschland anstreben sollten. Also einen kleinen professionellen Kern an Ausbildern und an Profis, die zum einen die jährlichen Wehrpflichtigen ausbilden können und die sie im Notfall dann eben kommandieren können und befehligen können. Denn dass es so ist, dass im Kriegsfall Männer eingezogen werden können, und ich habe hier nicht gegendert, es können nur Männer eingezogen werden, auch dazu komme ich später nochmal, diese Situation haben wir jetzt schon. Also die Wehrpflicht ist ausgesetzt, ja, aber im Kriegsfall können nach wie vor Männer zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden. Und das ist ein großer Unterschied, ob du Leute im Kriegsfall einziehst, die noch nie ein Gewehr in der Hand hatten, die nicht die Strukturen der Bundeswehr kennen, noch keinen einzigen Tag mit der Bundeswehr verbracht haben, oder ob du Männer und Frauen einziehen kannst, die bereits sechs Monate oder ein Jahr oder eineinhalb Jahre Erfahrung beim Militär haben. In einem Jahr kann man ganz schön was lernen als Soldatin oder Soldat. Und dieses Wissen, das ist auch nicht sofort wieder weg, wenn man aus der Bundeswehr austritt. Und deswegen ist eine Wehrpflicht sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut, wenn man eine große und schlagfertige Reserve aufbauen will, auf die man im Zweifelsfall, also im Falle eines Angriffes, zurückgreifen kann. Und deswegen brauchen wir wieder eine Wehrpflicht. Argument Nummer zwei. Wir brauchen eine Wehrpflicht, um wieder ein gesundes Verhältnis zur Bundeswehr zu bekommen. Ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues. Das Verhältnis zwischen der Zivilgesellschaft in Deutschland und der Bundeswehr, also der Armee der Bundesrepublik Deutschland, der Parlamentsarmee, ist kein einfaches. Es gibt wenige Länder auf der Welt, wo das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und den Streitkräften dieser Bevölkerung letztendlich so schlecht ist wie in Deutschland. Und genau da könnte eine Wehrpflicht wieder einsetzen. Früher war es ganz normal, dass an jedem zweiten Küchentisch im Prinzip junge Männer saßen, die mal bei der Bundeswehr waren. Die wissen, wie es da abläuft, die vielleicht noch Freunde aus Bundeswehrzeiten haben, aber für die die Bundeswehr so kein fremdes Konstrukt mehr ist. Das sorgt dafür, dass sich eine Armee in demokratischen Gesellschaften auch verankern kann. Und das ist relativ wichtig. Dazu komme ich nochmal im nächsten Argument. Aber für dieses Argument ist es wichtig zu sagen, Deutschland muss sich wieder bewusst werden, dass es eine Armee hat und dass es eine Armee auch braucht. Wir sind nicht mehr, wie gesagt, in der Zeit, wo man einfach so tun kann, als wären wir nur von Freunden umgeben und als sei ein Angriff auf Deutschland oder seine Verbündete komplette Fantasy. Diese Welt ist vorbei, die gibt es nicht mehr. Und deswegen ist es leider, und ich sage wirklich leider, wichtig, dass Deutschland sich wieder dessen bewusst wird, dass es eine Armee braucht. Es gibt da diesen Satz so. Jedes Land hat eine Armee, entweder die eigene oder eine fremde. Und da ist leider mehr drin, als man denken könnte. Hätte die Ukraine keine schlagfertige Armee aufgebaut in den letzten Jahren, dann gäbe es die Ukraine als souveränen Staat heute nicht mehr. Und das ist ein Beispiel, das man sich leider vor Augen halten muss. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde es auch scheiße, wirklich. Ich fände es auch geiler, wenn wir keine Bundeswehr bräuchten. Aber nach allem, was ich auch selbst gesehen habe, ist das nicht die Realität, in der wir gerade leben. Und damit wir uns dessen bewusst sind, ist es auch ganz notwendig, dass wieder eine Verbindung zwischen der zivilen Welt in Deutschland und der Bundeswehr existiert. Und das kann am allerbesten durch eine Wehrpflicht gelöst werden. Argument Nummer drei. Eine Wehrpflicht ist auch dafür gut, um die Bundeswehr besser unter Kontrolle zu halten. Die Bundeswehr ist eine Armee. Da kann man nicht drum herum reden. Es ist eine Truppe von hunderttausenden Menschen mit schweren Waffen, die trainieren, wie man andere Menschen im Zweifelsfall tötet. That's it. Das ist die Definition einer Armee. Egal wie demokratisch, egal wie legitimiert sie auch ist. Das ist eben die Wirklichkeit. Und deswegen ist es unbedingt wichtig für eine Demokratie und für jeden modernen Staat, dass dieses Militär eingegliedert ist und unter ziviler Kontrolle ist. Und damit meine ich nicht nur die Kontrolle von zivilen Politikern, sondern eben auch eine gesellschaftliche Kontrollfunktion. Wenn wir eine Situation haben, in der die Bundeswehr nur Leute anzieht, die bundeswehraffin sind und militäraffin, dann verrückt das Ganze ein bisschen. Und man hat nicht mehr eine Armee, die den Durchschnitt einer Bevölkerung abbildet. Dann hat man nämlich nur die Leute, die prinzipiell eher dem Militärischen nahe sind. Und das ist politisch eher rechts der Mitte, traditionell. Also, ihr könnt gerne mit mir argumentieren, aber ich glaube, das sind relativ eindeutige Aussagen, die ich hier treffen kann. Das hat die Gefahr, dass in der Bundeswehr dann eben nicht mehr der Querschnitt der Bevölkerung sitzt, sondern von mir aus Leute rechts der Mitte. Und ich will jetzt nicht verallgemeinern. Ich male hier Szenarien und Bedrohungsszenarien an die Wand. Wenn das so passiert, dann kann es irgendwann mal kommen, dass die Bundeswehr, da sie keinen Kontakt mehr zur breiten Bevölkerung hat, ein Eigenleben entwickelt. Und dass die Bundeswehr anders tickt als die deutsche Zivilbevölkerung oder die Bevölkerung allgemein. Und das ist letzten Endes dann doch ein bedrohliches Szenario. Und deswegen brauchen wir wieder die Wehrpflicht, um dafür zu sorgen, dass junge Männer und junge Frauen aus den verschiedensten Hintergründen in die Bundeswehr kommen und eben auch so eine Art Kontrollfunktion haben. Dass es nicht eine Parallelgesellschaft gibt, sondern sichergestellt ist, dass die Bundeswehr ein Spiegel der deutschen Bevölkerung ist. Es gibt den Begriff Staatsbürger in Uniform. Das ist damit gemeint. Und gleichzeitig hat das Ganze auch das Potenzial in meinen Augen, dass es der Gesellschaft gut tut. Denn, das ist auch nichts Neues, wir leben leider in einer gespaltenen Gesellschaft. In Bubbeln. Und das ist auch nicht gut auf Dauer für die Bevölkerung. Fragt euch selber mal. Also gerade die Zuschauer zum Beispiel, die ein Hochschulstudium hinter sich haben. Wie oft habt ihr noch Kontakt? Wie viele Freunde habt ihr, die nicht studiert haben? Oder die kein Abitur haben? Oder andersrum, an die Zuschauer, die mittlere Reife haben. Wie viele von euren Freunden haben studiert? Das ist ganz oft. Also gerade wenn man Leute, in meiner Erfahrung, mit Studium fragt, ist das oft eine Situation, wo man beängstigende Antworten bekommt, weil man eben oft dazu tendiert, gerade ab einem gewissen Alter in seinen sozioökonomischen Blasen zu bleiben. Und das führt dazu, dass halt manche Leute gar nicht wissen, wie andere Leute ticken, weil man nicht mehr mit ihnen in Berührung kommt. Junge, hippe Großstädter sind manchmal ganz arg geschockt, wenn sie irgendwo aufs Land kommen und dann merken, dass die Leute da gar nicht so ticken wie sie selber. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund, manchmal sind da Welten dazwischen leider. Und die Wehrpflicht kann tatsächlich dazu führen, dass das abgebaut wird. Wenn jede Generation junge Männer oder junge Frauen einfach unabhängig von der sozialen Status, vom Reichtum der Eltern in die Armee kommen würden und dort auf andere junge Männer und Frauen treffen, die vielleicht ganz andere Vorstellungen von der Welt und vom Leben haben als sie selber. Und das kann einer Bevölkerung gut tun, weil es etwas Egalitäres hat. Man lernt, miteinander klarzukommen. Denn ob da jetzt irgendwie so der Ärztesohn aus der Großstadt sitzt oder die Tochter von Schlossern auf dem Land, das ist egal, wenn du in der Bundeswehr bist und deine Grundausbildung machst. Da ist es einfach nur ein Kamerad oder eine Kameradin neben dir in Uniform. Und da fragst du nicht, haben deine Eltern studiert oder so? Nee, da ist man dann füreinander da im Idealfall. Das hat eben das Potenzial, sich auch außerhalb der Armee weiterzutragen. Und wenn es nur ist, dass Leute vielleicht mit ein paar Leuten aus der Bundeswehrzeit noch in Kontakt bleiben und dass man eben nicht nur unter sich bleibt. Argument Nummer 4. Die Wehrpflicht als Kontrolle der Politiker. Das ist jetzt ein Argument, das man gar nicht so oft hört, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz gutes Argument ist. Die Wehrpflicht ist in erster Linie eine gute Einrichtung, um die Landesverteidigung zu ermöglichen. Die Wehrpflicht ist weniger gut, um Großmachtsfantasien auszuleben. Nämlich sogenannte Power Projection. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Land seinen militärischen Einfluss auf der ganzen Welt projizieren kann. Also die Amerikaner sind ein Paradebeispiel dafür. Mit ihren Flugzeugträgern, mit ihren Basen überall auf der Welt, können sie ihre eigene Macht auch in weit entfernten Gebieten projizieren. Das ist ein Teil dessen, was eine Großmacht oder eine Weltmacht zur Weltmacht macht. Zur Weltmacht macht, ganz toll. Auf jeden Fall ist Power Projection etwas, was man am besten mit professionellen Soldaten macht. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die USA sich entwickelt haben, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Die USA hatten auch mal eine Wehrpflicht bis zum Vietnamkrieg. Bis zum Vietnamkrieg dienten junge Männer in den USA, Söhne auch aus Mittelstandsfamilien, eher weniger, aber auch aus Mittelstandsfamilien in den Streitkräften. Das hat sich nach Vietnam geändert. Und einer der Gründe meiner Meinung nach ist, es ist sehr viel schwieriger, einen Krieg irgendwo zu führen, wenn die Söhne oder die Söhne und Töchter der einflussreichen Mittelschicht sterben. Danach haben die Amerikaner sich entschieden, okay, wir schaffen das Ganze ab und machen eine professionelle Armee, was leider auch dazu geführt hat, dass eben so die Durchmischung die Soziale in den Streitkräften abgenommen hat, weil eben nicht mehr Mittelstandskinder eingezogen wurden. Daraufhin traten eben hauptsächlich ärmere Bevölkerungsschichten in den USA, der Army bei oder den Marines und so weiter und auch zunehmend ethnische Minderheiten. Und das hat dazu geführt, dass die amerikanische Regierung weniger Hemmungen hat, die Armee irgendwo einzusetzen weltweit, weil die Armee eben nur aus professionellen Soldaten besteht, die ja wissen, worauf sie sich einlassen, deswegen ist es ja nicht so schlimm, wenn sie sterben. Und wenn amerikanische Soldaten sterben, dann, und das ist eine zynische Kalkulation, glaube ich, trifft es eben häufig die Söhne und Töchter von denen, die am wenigsten Einfluss in den USA haben. Die sogenannten Unterschichten, ethnische Minderheiten und so weiter. Also nicht wirklich Leute, die den regierenden Politikern gefährlich werden könnten. Und damit sinkt eben die Hemmung, die Armee irgendwo auf der Welt einzusetzen zu irgendwas anderem als Landesverteidigung. Und ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie eine akute Gefahr wäre der Bundeswehr. Deutschland hat sich traditionell militärisch zurückgehalten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sehen wir auch in den letzten 20 Jahren. Da, wo andere europäische Länder sehr viel bereitwilliger Kampftruppen zur Verfügung gestellt haben, war die Bundeswehr oft zurückhaltend. Und wenn sie Soldaten geschickt hat, dann waren die weniger oft in aktiven Kämpfen beteiligt, auch etwa in Afghanistan oder in Mali. Deswegen, ich sage nicht, dass es eine akute Gefahr ist, aber es ist auch ein positiver Aspekt der Wehrpflicht, wenn die breite Mittelschicht, die Bevölkerungsmehrheit, alle irgendwo Söhne oder Töchter haben, oder auch nur ein großer Teil von ihnen Söhne oder Töchter haben, die in der Bundeswehr dienen, dann sind Politiker in der Regel sehr viel vorsichtiger, wenn es darum geht, diese Soldaten irgendwo einzusetzen, wo sie nicht unbedingt eingesetzt werden müssen. Und so kann eine Wehrpflicht auch dazu führen, dass es praktisch ein Kontrollmechanismus auf die Regierung ist. Und Argument Nummer 5, die Wehrpflicht kann zur Gleichberechtigung beitragen. Und was meine ich damit? Ich meine tatsächlich ganz konkret eine Situation, die wir gerade haben, dass Männer im Grundgesetz benachteiligt werden. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt keiner von diesen Männerrechtsaktivisten oder irgendwie so ein Bullshit, die versuchen die Diskriminierung von Frauen und die Benachteiligung von Frauen, die es in der Realität im Alltag gibt, ohne jede Frage. Ich will das nicht wegreden. Ich gehöre nicht zu denen. Aber nichtsdestotrotz kann jeder im Grundgesetz nachschlagen, Artikel 12a, dass im Kriegsfall nur Männer zum Dienst an der Waffe gezogen werden können. Ausschließlich Männer. Es steht auch weiter hinten ein bisschen, dass Frauen im Zweifelsfall zum Lazarettdienst eingezogen werden können, wenn sich niemand findet. Aber da steht ausdrücklich, dass Frauen unter keinen Umständen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden können. Männer schon. Und ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, es ist de facto ein sexistischer Paragraf, denn er behandelt die Geschlechter anders. Und es ist noch interessant, wenn wir jetzt mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, wenn wir uns das anschauen, was ist denn mit Transfrauen? Das ist da tatsächlich auch geregelt. Wenn ein Bedrohungsszenario kommt, wenn ein Kriegsfall ausbricht, dann können auch Transfrauen zum Dienst an der Waffe eingezogen werden, wenn sie sich kürzer als zwei Monate vor Beginn dieser Krise dazu entschlossen haben, ihre Identität als Frau offiziell eintragen zu lassen. Wir haben hier also wirklich Konstellationen, wo man sich fragen muss, ist das noch zeitgemäß? Passt das noch in eine, zumindest auf dem Papier, egalitäre Gesellschaft im 21. Jahrhundert, das an einer Stelle im Grundgesetz steht, wenn Kriegsfall kommt, dürfen die Männer eingezogen werden, die Frauen auf gar keinen Fall zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Meiner Meinung nach nicht. Und deswegen glaube ich, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre die ideale Gelegenheit, um das auszuräumen. Denn wenn wir nach Skandinavien schauen, etwa nach Schweden, dort gilt die Wehrpflicht für Männer und für Frauen. Und die Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre der ideale Anlass, um diesen Paragraf 12a im Grundgesetz zu ändern. Und ich weiß, Grundgesetzänderungen sind nicht leicht, in Deutschland. Deswegen wird das auch als Gegenargument im nächsten Video vorkommen. Aber dennoch denke ich, es wäre es wert. So, wir sind am Ende unseres Videos mit fünf Argumenten, warum die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden sollte. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Seid ihr meiner Meinung? Dann schreibt es mir. Findet ihr meine Argumente völlig bescheuert und habt ihr Argumente, die mich komplett zerpflücken? Dann schreibt es mir. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf die Diskussionen in den Kommentaren. Und bitte werft mir nicht vor, dass es jetzt so einseitig ist. Wie gesagt, es kommt noch ein Video und in dem Video wird es um die Argumente gehen gegen eine Wehrpflicht. Also, für jeden ist was dabei und wie immer, es ist mein Ziel, nicht euch zu sagen, wie ihr denken sollt. Ich möchte euch Anregungen geben, damit ihr selber für euch entscheiden könnt. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.